Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Hallo, guten Morgen. Servus, guten Morgen. Wie gefällt es Ihnen hier in Heiming? Es ist wunderschön hier in Heiming. Ich bin hierher gekommen vor den Berg und ich mag das früher. Und Sonnenschein, herrlich. Sehr herrlich in Sonnenschein, ja. Und jetzt, heute gehen Sie wandern? No, heute geht es Mountainbiking. Mountainbiking, achso. Wenn der Rattung macht, bei schönem Wetter. Es ist schönes Wetter oder sehr heiß. Und dann immer im kaltes Wasser schwimmen. Heiming kann man gut essen, wie im Heimingerhof, kann man auch sehr gut essen. Ja, es gibt gute Essen, ja, sicher. Ja, ist gut. Cool, wenn ich muss weitergehen, aber vielen Dank. Dankeschön für ein Interview. Ciao. Dankeschön. So, nochmals ein herzliches Willkommen hier aus Heiming. Sie sehen hier den Ortsplan. Den Ortsplan hier aus Heiming. Wie gesagt, ich stehe hier vor der Flipchart. Keine Flipchart, das ist die Information über Heiming, was hier alles. Das hier gibt Küche, gehen wir auch durch. Und dann schauen, also der Lageplan von Heiming. Bei der 47. Notreportage. So, hier sehen Sie die Pfarrkirche von Heiming. Ob geöffnet ist, wissen wir nicht, aber wir sehen das dann ja. So, hier sehen Sie das Heiminger Kriegerdenkmal. Das Heiminger Kriegerdenkmal. So, ich darf Sie jetzt begrüßen in der Pfarrkirche in Heiming im Innenraum. Heute hat sie geöffnet. Die wunderschöne Pfarrkirche. Von Heiming. Hier nochmals die Pfarrkirche von Heiming. Im Bild eingeblendet. So, hier sehen Sie das Gartenparadies. Wir sind jetzt hier im Obstland in Heiming. Das Obstland. Gartenparadies hier. Obstbäume, so weit das Auge reich. Hier im Gartenparadies von Heiming. Ja, hier Äpfel und Birnen, verschiedene Sorten. Äpfel, das Obstland Heiming. Hier gedeihen alle Äpfel. Wir sind hier in der Obstlandtasche von Heiming. Herzlich Willkommen nochmals. Das ist gut. Herzlich Willkommen aus Heiming in Tirol. Dem Obstpartys. Da ist im Oktober auch Heiming ein Markttag. Vielleicht gibt es das auch heuer wieder. Werden wir schauen. Also möchte ich jetzt schon mal mehr Werbung machen. Den Heiming ein Markttag zu Besuch. So, Obstlandtasche, soweit das Auge reich. Hier sieht man die Kirschen. Die knackige, frische Kirschen hier. So, hier der heilige Florian. Der heilige Florian bei diesem Brunnen hier. Die Schlagerkapeller sehen Sie hier auch noch in Heiming. Und auch dieses schöne Kreuz hier gibt es hier zu bewundern. Und in Heiming gibt es auch sehr schöne Rosen, diese hier. So, hier das Rafting Outdoor Zentrum kann man sich ein Boot ausleihen. Motorboote hier beim Rafting. Canyoning, Rafting, Klettersteiger auch. Hier kann man sich Boote ausleihen. So, hier sehen Sie die Volksschule Heiming. Volksschule Heiming. Hier sehen Sie die neue Feuerwehrhalle von Heiming mit fünf Einsatzfahrzeugen ungefähr. Am neuen Standort. Die neue Feuerwehrhalle von Heiming. So, nun darf ich mich hier aus Heiming verabschieden. Sie sehen wie interessante Beiträge hier. Ja, Heiming am Oktag im Oktober oder im Herbst oder September. Das war's aus Heiming. Ich verabschiede mich jetzt hier. Grüß Gott, aus Tirol, aus Harming. Sag mal so schön, auf Wiederschauen. Bis zur nächsten OZ-Reportage. Das war die 47. OZ-Reportage. Wiederschauen. Das war's aus Heiming. 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 Sveriges 알�pfuniversodgديen. Das war's aus Heiming. Untertitelung des ZDF, 2020